Für das Gelee brauchen Sie den Fischfond bei Bedarf Essig, Wein und Salz, Gelantine, einen Topf, einen Rundsieb, eine Schüssel mit Wasser, eine Kelle, ein Passiertuch. Zuerst die Gelantine in kaltem Wasser einweichen. Das Passiertuch in das Rundsieb legen und auf einen Topf setzen. Mit der Kelle vorsichtig den Fond durch das Tuch gießen. Abschmecken. Abschmecken. Schmecken. 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 Und bei Bedarf nachwürzen. Den Fond zum Kochen bringen, die Gelatine ausdrücken und in den Fond geben. Die Gelatine muss vollständig aufgelöst sein. Den Topf zum Abkühlen auf Eis stellen. Die Gelatine muss vollständig aufgelöst werden. Die Gelatine muss vollständig aufgelöst werden. Die Gelatine muss vollständig aufgelöst werden.